Hey Leute, was geht ab? Hier ist Almat mit der 11. Episode des Moab Marathons. Und ich hatte ja in den letzten Episoden erwähnt, dass ich aufgrund von Schulstress nicht mehr jeden Tag einen Moab Gameplay hochladen kann. Und da möchte ich mich jetzt so ein bisschen verbessern. Und zwar habe ich mir kurz Gedanken gemacht. Ich habe mir überlegt, wenn es mir möglich ist, jeden Tag einen hochzuladen, dann werde ich das auch nutzen. Und deswegen sage ich mir einfach mal, es ist möglich, dass ich jeden Tag einen hochladen könnte. Aber falls es mir aufgrund von Schulstress oder anderen Dingen nicht möglich ist, jeden Tag einen hochzuladen, dann wird definitiv alle zwei Tage ein Moab Gameplay auf meinem Channel hochgeladen werden. Denn ich möchte das Ganze noch als Moab Marathon halten. Ich möchte noch eine kleine Routine drin haben. Zwei Tage denke ich sind ganz cool und sonst halt jeden Tag, wenn es mir zeitlich möglich ist. Und ihr seht auch schon hier, ich spiele mit der Striker auf dem Map Bootleg in einem Abschlussbestätigten Match. Und das ist meine erste Striker Moab. Die zweite, die ich auf meinem Channel hochladen habe, aber tatsächlich die erste, die ich jemals bekommen habe. Und ja, ich habe diese Moab sogar ohne Reichweite unschadener spielt. Es war so, dass ich das in dem Zeitpunkt noch gar nicht freigeschaltet hatte. Ich hatte, glaube ich, als Aufsatz den Griff drauf und als Fertigkeitskontestation. Und das macht diese Moab meiner Meinung nach noch um einiges beeindruckender und toller anzusehen. Ich finde ja sowieso, dass Shotgun Gameplays definitiv die Gameplays sind, die am interessantesten sind anzuschauen. Weil es einfach so ist, dass man ja kontinuierlich rumlaufen muss. Man muss sehr offensiv spielen, muss in diese Nahkampf-Situation kommen, wo die Shotguns dominieren. Und deswegen merke ich ja auch in den Kommentaren und Bewertungen von euch, ihr mögt diese Shotgun-Gameplays anscheinend sehr gerne. Und ich versuche auch die ganze Zeit Gameplays mit Waffen, wie zum Beispiel der Spaß 12 zu kriegen. Und bisher hatte ich noch nicht wirklich viel Erfolg damit. Leider. Also gestern war ich schon ganz nah dran, zweimal. Hat es leider nicht dann am Ende geschafft. Wurde ich leider ziemlich schade, ein bisschen bescheuert getötet. Aber ich bin zuverlässig, dass ich das irgendwann mal schaffen werde. Und generell, Shotguns in Abschluss bestätigt, also der neue Spielmodus. Ich weiß nicht, gut, kann ich nur empfehlen. Da sind Waffen wie die SMGs und die Shotguns sowieso sehr, 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 sehr gut. Da halt die Leute generell mehr Offensiv spielen, sie laufen mehr rum, sind dabei dieses Objective zu spielen. Also diese Hundemarken einzusammeln. Und deswegen fällt es einem dann immer leichter, mit einer Shotgun rumzulaufen. Und da die Gegner halt dann generell nicht so viel hinter, ja, die Gegner stehen generell nicht so viel hinter, hinter Headglitches oder hinter einer Kiste oder sowas, wo man dann wenig Chancen hat mit der Shotgun. Also alles ganz gut. Und was ihr auch hier mich sehen tut, ich laufe die ganze Zeit mit der UMP45 rum. Am Anfang hatte ich, glaube ich, diese CM901 aufgenommen. Das ist einfach nur ein Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr mit Shotgun spielt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich das hier überlebt habe, der Typ hat irgendwie überhaupt nichts drauf, nein. Also, ähm, einfach nur ein Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr mit Shotgun spielt. Nehmt euch eine Zweitwaffe auf, ähm, die von eurem Gegner oder sowas oder von eurem Teammate. Ähm, einfach, es ist einfach immer schlau, eine Zweitwaffe zu haben, die auch auf höhere Entfernung gut ist. Da kann man auch was auf, auf diese, wie gesagt, auf diese höhere Entfernung tun. Und, äh, das mache ich auch hier. Ich kriege aber trotzdem keine Sorge. Ich kriege, wie gesagt, wie ihr auch schon in der Zeit merkt, ich kriege den Großteil meiner Kills tatsächlich mit meiner Striker. Also, alles noch gut. Und, ähm, nur ein paar Kills mit meiner UMP und der CM901. Deswegen, äh, sehe ich mich trotzdem noch, äh, sehe es trotzdem noch möglich, diese Moab hier als Striker-Moab zu nennen. Ähm, wie gesagt, ich erwähne das ja auch noch. Ich sage ja nicht, dass ich alle mit der Striker bekommen habe oder so. Ich hoffe, ihr findet das trotzdem okay und so weiter. Und ich kriege leider sogar meinen letzten Kill mit der UMP, weil dieser Gegner halt in dem Moment zu weit weg ist. Und ich hätte ihn halt nicht mit meiner Striker, ähm, wegholen können. Dann habe ich, war ich noch so schlau und habe zu meiner UMP gewechselt und habe dadurch dann einen Kill bekommen. Und, äh, außerdem war das hier das Spiel, das ich bekommen habe, ähm, nachdem ich, äh, vier Tage Pause gemacht habe, äh, von Call of Duty. Das fand ich ziemlich lustig persönlich, weil es einfach so war. Ich habe mich am ersten Weihnachtsfeiertag, das war der erste Tag, wo ich wieder Call of Duty gespielt habe, nach dieser, ähm, vorher, ähm, erwähnten Pause, ähm, ich habe also, äh, die ganze Zeit nicht gezockt, überhaupt, äh, war ich, war überhaupt nicht angespielt, mein Aim war total schlecht. Und habe ich mir gedacht, okay, warum nicht, nimmst du einfach mal die Striker, willst du sowieso noch diese Schadenfertigkeit und die weiteren Marzine freischalten. Und, äh, dann kommt gleich das, ich kriege gleich eine Moab, das fand ich ziemlich cool. Und ich glaube, ich bin hier auch gleich ziemlich nah an meinem letzten Kill dran. Und ich würde dann schon mal sagen, als Gameplay ist die Welt vorbei. Ähm, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr als Shotgun-Moab sehen wollt, dann könnt ihr dieses Video gerne bewerten, das freut mich immer sehr. Und, äh, generell auch in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Video gefallen hat, dass, äh, wie gesagt, ich lese alle von euren Kommentaren. Und falls ihr eine Frage habt oder sowas, dann könnt ihr mich gerne, mir gerne auf Twitter folgen, da wird jede einzelne Frage beantwortet, bei Facebook auch. Und, äh, ihr könnt mir sonst auch eine Privatnachricht schreiben bei YouTube. Ähm, wenn das aber zu viel wird, dann ist es natürlich unglücklich, aber, ähm, ich gebe mir trotzdem meine Mühe, jede Frage zu beantworten. Das Gameplay ist vorbei, bis dann, Leute, und macht's gut!